Herzlich Willkommen zur HBMI 2023. Vierte Messe 2023, voller Erfolg. Wir sind von Smartbox, wir fanden die Messe super, wir freuen uns und wir kommen wieder gerne. Vielen Dank als Hackathon Vertriebsteam, dass wir dieses Jahr wieder bei der HBMI dabei sein durften. Wir haben hier einen super Zuspruch an Zuschauern und wir sind gerne wieder dabei. Wir haben sehr sehr viele interessante und abschlussreiche Gespräche mit unseren gemeinsamen Kunden führen müssen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, wir hatten sehr tolle Gespräche mit vielen Kunden. Wir hatten zwei tolle, erfolgreiche Tage, wo wir viele tolle Gespräche geführt haben. Als Aussteller möchten wir betonen, dass die Messe in jeder Hinsicht optimal organisiert war. Vielen Dank, dass ihr alle unsere Gäste auf der HBMI 2023 gewesen seid und wir freuen uns auf das nächste Jahr, wo das Witte Technik Treff stattfindet. Vielen Dank an alle und Prost!